Mallorca 95.8, das Inselradio. Immer die Insel im Ohr. Horniflakes, also geile Flocken. Wochenthema bei das Inselradio Mallorca diese Woche. Besondere neue Läden auf Mallorca und der hier gehört definitiv dazu. Das ist Sandra, sie ist 23 Jahre jung, kommt aus Palma und sie hat den Laden hier ganz alleine aufgemacht. Also hier auf der Karte gibt es zum Beispiel Schoko Addict mit Schokokrispys, Nesquik, KitKat und so weiter. Es gibt aber auch Freak World mit Disney-Konflikt, Star Wars, Simpsons und Schokolade. Und ich habe mich jetzt aber für Hashtag Instagrammers entschieden. Voy a pedir Hashtag Instagrammers, por favor. Tenemos dos cartas, en una tienes bols ya hechos y luego tienes la opción de poder crear tu bol. Also Schokoflakes, Oreos, Donuts, Kinder, M&M's und Spoilmus. Das süßeste Frühstück, das ich je in meinem Leben hatte. Was für ein Erlebnis, das ist nicht nur was für Kinder, also auch ich als Erwachsene Frau flippe total aus. Toller Laden, Horniflakes in Palma. Sandra, du willst, dass viele Leute kommen, oder? Espero que sí, estáis bien, estáis recibidos, invitados al local y a probar todos los cereales. Todo el verano estaremos abiertos, así que os esperamos en Horniflakes, en calle de la Guerrería número 13, al lado de los Juzgados Nuevos. Vale. ¿Sabes palabras en alemán? Eh, ya. Ja.